Hallo und herzlich willkommen bei Kahnrunde mit Alokat. Hallo. Baloui. Balouis. 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 Hi. Juli. Hi. Gundran. Hallo. Bravo Maxi. Und Payne ist nicht dabei. Aber alle. Ah Payne ist schon ein Spectator. Ja der ist weiter bei. Payne ist auch dabei. Payne ist raus. Payne wieder nicht geschafft. Hey. Ah war knapp. War knapp. War knapp. Ja. Aber ich habe hier eine Plasma. Für hier den da. Für den da. Wer ist denn das? Wer kennt ihr nicht? Der gute den da von Dada. Ist es der? Oder ist es den da? Ah das ist schon mal explodiert. In meiner Tat. Oh Gott. What the? Wer hat mich da runtergekriegt? Ich habe ein HP. Was zum Geier war das denn? Oh fuck. Das war knapp. Aber. Hä? Dalu? Ja die andere habe ich abbekommen. Also ich bin noch weggekommen. Ah okay. Ich krieg das nicht auf. Ich will leben. Ich will leben. Items war noch da oben. Ich will nur leben. Ich war gerade eben fast gekillt worden. Ja aber da war auch noch Kunda da oben. Ja da war auch derjenige der mich angeschossen. Du kommst auf mich zu. Du kommst auf mich zu. Nein 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 geh weg. Hä? Sindst du da hinten in der Ecke? Ja geh weg. Okay. Okay. Du sitzt ja da hinten du Lügner. Haha. Ich will lassen ob du umdrehen und wieder drückst. Oh Gott. Das ist nicht. Ich. Ah. Wie so ein Mädchen. Ich habe es nur explodieren gehört. Alles war es. Ist tot. Confirming. Dicke. Dalu. Was soll denn das? Oh. 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 Das war ich nicht. Da kam ein Thomas. Da kam ein Thomas. Bei Louis bist du fast Mager auf den Knopf. Seid vorsichtig. Hä. Dämonik hä? Ja. Kein Problem für mich. Was? Siehst du das? Das glaubst du nicht. Der Thomas hat mir den Arsch geredet. Ich hab von meinen Dicke schloss. Ich hab von meinen Dicke schloss. Schuss. Nie was gemacht. Außer gehüpft und angeschossen werden. Du bist weggerannt. Nein. Warst du es nicht? Nein. Du hast es einfach weggemacht. Ja weil du. Weil du. Verdächtig warst. Ich dachte du warst der Igel da. Ja. Der Igel. Ich war Handler. Ich bin die ganze Zeit über die Map geschossen. Dalu warst du mal ein Tölz gelegt? Dalu warst du das oben am Fenster der mich rausgebracht hat? Dalu hattest du auch mal Tölz gehabt? Hattest du eine Main-Karten gegeben? Hattest du eine Main-Karten gegeben? Hattest du eine Main-Karten direkt auf mich draufgelegt? Ja. Hattest du eine Main-Kilometer? Okay. Gefühlt Garten lag überall Turtle-Minds. Ja ich hab ihn auch gehabt. Ich hab nur die Turtle-Minds gehabt. Wer ist denn Schmar aus? Wer ist denn schon wieder Chaos? Hallo. Das hört gar nicht auf. Wer ist denn Chaos? Wer ist denn Chaos? Wie soll ich schon wieder? Naja. Chaos ist schön. Da wurde Digimon. Hattest du dir dann? Hat er gerade gesagt da wurde Digimon? Ich bin dabei Alter. Da wurde Digimon montiert. Ja da wurde Digimon montiert. Ja da wurde Digimon montiert. Du hast eine Taube in der Hand gehabt. Das war von uns. Obo oder eine Taube? Er ist immer ein Fenster raus oder? Fenster raus? Der Pay kann mit der Taube in der Hand gehen. Dann schießt es natürlich zuerst mal. Wieso hat der eine Taube in der Hand gehabt? Heiß ich nicht. Ich hab ihn. Er ist oben. Hab ihn. Dann was isst du? Ich hab ihn wirklich. Den muss nur oben einer confirm. Ich hab ihn gerade weggesniped. Okay. Maru nicht. Tu es nicht. Ich geh rauf wenn ich oben bin. Er ist mit der Sniper gekillt worden. Er müsste oben liegen. Zwischen dem Glas. Kein Blut. Ich glaube nicht daran. Das ist doch eine normale Leiche. Ich bin halt gesniped. Da ist aber kein Blut. Dann. Oh. Und Maxi. Was ist es da? Hallo. Ist es da? Ist es da? Der Tat ist tot. Ist es da? Na. Da hat er gesoffen. Sof es du nicht? Achso. Ich dachte es kam von dir. Ne. Maxi. Wo hat er gesoffen? 50-50. Alims. Komm kaputt. Wir gehen hier. Ne. Was machst du denn? Ich bin da jetzt. Oh. Hat funktioniert. Alims auch noch. Oh Gott. Nein. Ich nicht. Ich muss hier raus. Nein. Ich muss hier raus. Weil ich trau Kunran mehr als items. Ja. Eigentlich muss er auch schon tot. Achso. Maxi auch. Oh Gott. Und hier ist noch alle. Das bin ich. Das heißt bei Louis der Letzte. Also für mich zumindest. Für dich kann ich es auch noch sein. Du bist sicher. Geschossen ja. Oh Gott. Wo ist er? Von wo? Ich hab die Scheiße gehört. Irgendwo. Irgendwo auf dem großen Platz. Ne. Das sind. Das sind Twitterfalle. Das sind Twitterfalle. Der hat solche. Hier kommt bei uns gespawnt. Im Haus. Und in der. In der. In der Mall ist es gefährlich. Aber ich war draußen. Nicht in der Mall. Also in der Mall wurde ich von Combat geschossen. Und ich war draußen. Na gut. Dann war draußen. Balooi. Nein. Wo bist du denn? Geht's geschossen? Da wussten. Ja. Ja. Das ist cool. Nein. 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 Kommt eh nicht hin, wenn ich nicht will. Die aber. Die hab ich nicht gesehen. Das Schöne war beim Weglaufen. Das war so einfach, weil Capuzzi jeden Schritt angesagt hat. Die Treppe hoch. Okay. Dann geh ich jetzt nach rechts. Rechts. Dann geh ich jetzt nach links. Was war mit einem? Ich wollte gerade mit dem Trailer. Ich wollte gerade mit dem Trailer. Mit meinem Boom-Buddy. Ich hab die Flopper getrunken, damit ich keinen Explosionsschaden tricke. Und hab dich in den Boom-Buddy gelohnt. Du, die kill ich jetzt einfach so. Oh ja. Ja. Aber nicht besonders nett von dir. Aber Mann, ich hab den oben weggestern. Guckt doch nach. Den hat ich gehabt. Ist euch das Pferd aufgefallen? Es ist das Pferd. Ist es das Pferd? Ja. Es ist ein Pferd. Nichts besser gelohnt, klar. Es ist das gleiche. Es ist auch dasselbe. Nein das ist ein Pferd. Es ist ein Perd. Nein das ist ein Pferd. Alle haben Gotts geschossen. Ich hab auch kaputt. Nachdem ihr Gesun zakai kaputt steht die Seite dient. Leute könnt ihr mal aufwärm mich zu sprengen, leute? Ich geh jetzt ab. Ja. Ich komme hier nicht weg, ich bin komplett, ich verabschiede mich damit, wenn ich sterbe, dann kriegt ihr das alle, Alter. Ich habe zum ersten Mal im Leben... Ich war das, ich wollte nicht, dass er random Deck-Dingens macht. Hast doch recht. Er wollte ihn random machen. Ja, ihr wolltet, klar wolltet. Darf ich nur schnell entschärfen. Erstete gewesen, kann ich doch so sagen. Aber manchmal muss man eben auch ein wildes Pferd einschläfern, ja? Sag mal, Juli! Nicht mein Kristall, Juli! Aber Kapuze können wir auch noch killen. Juli hat mein Kristall kaputt gemacht. Können wir sich wieder erschießen? Hallo? Hast du gerade gekauft, Nils? Der random schießt ist T. Der random schießt ist T. Hat Maru übernommen, das hat er sogar gesagt. Nils? Warum sollte er items Maru übernehmen? Wahrscheinlich, weil der böse Koalui. Nein! Warum sollte er es sonst machen? Nils ist es in Payne. Ja, Kapuze, du bist es. Natürlich, du hast ja auf den Dede geschossen. Ja, aber so hast du auch ankündigt. Ja, und das hast du aber trotzdem nur gemacht, weil du Tee warst. Ich habe ihn aber nicht gekillt. Ja, du hast ihn aber angeschossen. Kapuze, ich hab das Gefühl, er ist ein bisschen kalter, aber in den Fröhnen hast du es gefunden. Nein! Draußen! Was sucht ihr denn her? Ich bin ein bisschen in der Pidulie. Kill doch erst den Wurm. Ich werde gejagt. Aber dann tötest du ja nie nur. Nein. Doch, hundertpro? Ah, Leute, ich bin doch gar kein Deez. Payne schießt. Payne schießt. Payne schießt, Payne schießt. Ich bin immer noch nicht. Ich schaue nach oben. Das ist halt gelogen. Als ob. Das ist halt einfach gelogen. Das ist halt einfach gelogen. Ja, also. Doch, jetzt. Wir sollten erst keine Hunde, dann Payne töten. Ja, dann haben wir keine Hunde töten. Du hast den DDR erschossen. Ja, du hast ihn auf rote AP geschossen. Ja, das ist Julie, die irgendwo rumläuft und das alle kaputt macht. Hat sie mir jetzt. An Julie war das? Aber er wird nicht angefangen haben. Ne, ich hab aber auch angefangen. Jemand ist wirklich possessed, Leute. Ja, das ist aber nicht Payne. Ja, aber wer auch was ist, sie war wert. Maru ist es. Ne, ich bin es auch nicht. Maru hat also auch gelogen. Maru auch erschießen. Mein Wapp hat gewechselt, wo ich es nicht wollte. Komm her und lauf hier drauf. Ich werde über das Possess-Ding laufen. Genau Payne, geh doch da hinten hin. Lauf über das Possess-Ding. Nein, warte Payne. Du könntest es kaputt machen, wenn du rüberläufst. Dann bist du nicht mehr Possess. Ja eben Payne, lauf mal über das Possess-Ding. Dann müssen wir nicht erschießen. Ja, okay. Mann. Ja, warte, ich muss noch ein... Du warst auch nicht gemacht. Wo ist das denn? Hinter dir. Hinter dir. Jetzt geh da hin. Ich kann nicht mehr Zeit. Komm her jetzt. Da. 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 So lange kann der nicht. Ja, wo ist denn das? Ich seh's nicht. Ja, jetzt reicht's. Alles klar. Ja. Warte. Jetzt hat der mal aufgerichtet. Das war sehr gut. Sorry, Ilds. Jetzt geht's alles. Ja, Nils, Nils. Ja, jetzt noch. Nils. Ich wende, Maru ist... Ja, es wird nicht passiert, Nils. So, bei Luik hat jetzt Nils ab. Es wird doch Maru sein. Kunran ist einer. Kunran ist einer. Maru wird auch einer sein. Marus Dietze. Wird trotzdem einer sein. Oh, oh. Juli auch noch? Reinbar. Hey, wo bist'n hingehauptet? Geht dich nix an? Ich, äh, doch. Ich muss hier investigen. Geht dich gar nix an. Sagen wir hier auch noch mal, wo Kunran ist. Wo bist'n Juli? Hey, ja, ich bin hochgegangen. Hä, aber ich bin doch gar nicht hochgegangen. Hä, aber ich bin doch gar nicht hochgegangen. Wie ist Kunran gestorben? Achso, deswegen konntest du das nicht. Rett in der Hölle suchen. Das hast du so gemeint. Adams, was wolltest du machen? Für'n Fies. Ich wollte Chaos finden zum ersten Mal, seitdem die Klasse existiert für mich. Ich hatte jetzt keinen Bock auf Random War. Der war ein Prozess? Nee, ich hab wirklich nur Chaos finden wollten. Ja. Ich hatte Pain-Prozess. Aber ich hab das schön gestreckt, damit's unglaubwürdig aussehen. Der hat danach sogar noch mal in die Luft geschossen. Schön gestreckt, ey. Ich hab dich einmal selbst geschossen. Warum bist du nicht da rübergegangen? Ich hab's nicht gesehen. Ja, das ist ja wohl gelogen, ey. Es leuchtet rot am Boden. Ich muss sagen, ich hab's in dem Moment als Observer aber auch nicht gesehen, ne? Ich schau meine Aufnahme an. Der kommt drinnen an nächstes Jahr. Halt geblüfft. Oh, wir freuen uns noch drauf, Helm. Oh, was hab ich da? Ja, wenn du den Traitor-Waffe hast, hast du die Traitor-Waffe rausgenommen. War schon belegt. Nee, nee. Du hättest ja den Traitor-Waffe jetzt rausgenommen, wenn du eine gehabt hättest. Achso. War schon belegt. War schon belegt. Hä? Hab ich eine Disco bekommen? War schon. Das hast du nicht. Hey, stopp. Stopp. Sollen wir uns eigentlich darüber kümmern, dass hier jemand erschossen worden sollte? Wer hat hier einen Wubadier? Maxi! Was denn? Ich wollte gerade aufs Dach, aber du hast mich geblasht. Ja, tu die raus aus dem Fenster. Hat hier gerade jemand aufgestochen? Kann mir jemand den Buddy hier vorne erklären? Ja, das gehört irgendjemand. Der kam irgendwie da oben aus dem Fenster. Der Sound ist so ein bisschen... Ja, aber war es dann nicht eine Explosion? Ja, kann... Ich... Ich... Als welchem Fenster sind die... Die... Ich war nicht so lange da oben mit dem Fenster. Und als das Ding explodiert sich? Und als das Ding explodiert sich? Wir einen genau, der keinen Explosionsschaden kriegt. Hier ist jemand... Oh nein... Das war nun bei dir. Ja... Das kannst du sie wieder nehmen. Äh... Ich hab keine... Äh... Defibrabilitation. Du bist Baloui eigentlich. Er ist still vor allem. Baloui! Der läuft auch in der Mitte rum und sagt nichts. Sag mir einen an, wo du glaubst, dass der sehr verdächtig ist. Äh... Klassmann! Hast du grad versucht die Dähtis im Klassmann? Ups! Upsili! 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 Kapuze! Hallo? Ja okay, aber ich werd jetzt Kapuze nicht mit ner Golden Diegel anschießen, wenns richtig ist. Mach! Gumm her! Okay! Gumm her! Was für... Wer hat versucht mit ner... Hat er geblufft? Hat er gegambelt? Hat er gegambelt? Es ist als wäre ich dafür bekannt, dass ich das nie mache, wenn ich das anküsse. Ihr habt euch ja so schon mal gekillte. Da kam die Plasma! Ja, das war Pain. Pain ist so direkt hingerichtet worden übrigens. Ach, ich wollte ihn vergeben. Der Buschstelle! Der Buschstelle! Der hat die Buschstelle! Hey Nils! Ach, da ist Pain! Oh! The Pain! Hey, wer schießt'n jetzt? Wer ist jetzt hier gestorben? Da hinten in der U-Bahn. Nils? Der Nils ist böse. Wunder gemacht. Ja, alle in Schau. Ja, vor allem Nils klärt ihn ab und konfirmt ihn erst. Man läuft noch zurück, so. Er wollte halt zeigen, wie gut er ist. Er schreckt die Ecke, Vorsicht! Ich hab mich immer noch wie der Boomba, die soweit füchten konnte. Möchtest du das erklären, Dalu? Ich geb dir die Chance, das zu erklären! Okay, dann zeig ich dir das erst. Okay, ja. Komm her. Nein, nein, ich seh' dich. Ich seh' dich nicht. Oh, das ist toll gemacht. Ich seh' dich, keine Angst. Ich seh' dich wirklich. Ach doch, komm ich nicht! Da wird aber jetzt wer abgemurkst und das will ich nicht sein. Okay, pass auf. Ich seh' dich, ich seh' dich. Also ich könnte dir das aus nächster Nähe besser zeigen. Oh ja, nein. Ja, okay, dann zeig' ich dir das. Dann seh' ich dir das. Wenn wir uns darauf einigen, dass items gleich kein D-Timer ist. Ja, bleiben Sie bitte stehen. Ich zeig' dir das wirklich aus nächster Nähe. Also aus erster Hand. Aber dafür musst du halt stehen bleiben. Oh ja, das ist kein Problem. Ja. Das ist aber schwach von dir. Wir haben den Nekro. Wir haben den Nekro. Wir haben den Nekro. Komm her ins Team, ey. Dann lauf weiter. Warte, ich mach erst die Stärksten zu meiner Armee, ja. Okay, damit wir den Nekro. Jetzt kommen die ganz starken. Jetzt kommen die ganz starken. Pass auf, ey. Kapuze wollen zum Zombie? Okay. Okay. Ey. Du, Kapuze. Pain auch? Ja, mach mal was. Ja, komm schon. Ob ihr zu leckt her, passt es. Jetzt macht er euch fertig. Nass macht er euch. Er hat ja keine Zeit zum Reagieren, bro. Mich hat reingeschrieben in den Chat, mach dich bereit Kapuze. Ich muss erst in den Chat schreiben. Ja, nicht auf Reddit gehen. Muss eigentlich nie. Ja, der Kuh hat doch keinen Vorlauf mehr. Muss ich sagen, ey. Boah. Der Vorlauf wäre schon nett gewesen, ja. Boah, ich war ja... Boah, Pain war wirklich Tee, der hat so einen dicken Hähner bekommen, ey. Der Kuh war ja okay, weil du ja selber böse warst. Aber man hat das endlich auch als Inner-Op-Balooie die Plasma in die Richtung gewonnen. Der Runde, du sagst das gar nichts anderes. Der Runde, du sagst das gar nichts. 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 Der Runde, du sagst das gar nichts mehr. Du bist nicht fertig, du. Mit wem? Mit dem mit dem Kuh. Hier. Ich weiß nicht ob das eine Sidekick ist, oder? Oh, ich hab nur die Schuhe. Wollen wir das Glück herausspielen lassen oder wieder den kurz? Da ist ein Dämonic Possesskreis. Da. Wollen wir sagen, das heißt das nicht irgendjemand schon tot ist? Kapuze und Latze. Kapuze rennt drauf zu. Da wurde ich drauf geschossen... Ich fall jetzt hier runter wegen... Das ist der K... da liegt aber noch oder was ist darunter da ist eine also wenn da jetzt theoretisch irgendwo noch rumläuft als person darf man ja drauf ich bin wirklich wegen chaos vom dach gefallen verrate ich dir nicht fast zwei meter hallo ich stirbt in drei 1000 zwerg ja weil ich wegen dem fallschaden hat sich damit geschmückt dann hat maru die geschossen das war eine gauss ich habe den laser sogar gesehen das wird hier oben über mir auf dem dach sein ja wer hat weggeworfen weil sie leer ist versucht mich umzubringen das steckt sich hier das war sehr gut sondern guter platz alles kommt aber nicht wirklich weg ja das ganze behalten solange mich damit nicht umbringst also ich würde gerne leben hallo maxi stopp jetzt aber auch ja da oben wird gemordet von der szene oder seine zwei gleich habe ich das noch der stich dich ab und dann gewinne ich das ist aber jetzt verdächtig kunden an irgendwer wird noch leben glaube ich nicht warum glaubst du das nicht weil hier noch so viele leichen liegen du bist chaos und den machst du einfach so da oben sagen man hört so alles erschießt dann wird er die waffe weg ich war es der kundin hat mich erschossen und direkt konflikt und keiner reagiert gut dass ich nicht den feld genommen habe wann bist du gestorben war und direkt am anfang dann ja ich habe kaputze auf und die klaren gecallt und wurde mit kundin erschossen ich habe auch auf polui geschossen aber der ist halt so ein kleines weasel den wir sind und du bist gleich kaputze vom dach und ruhig da waren wir aber wir sollten uns mal ganz das direkt unterhalten nachher disken wir na 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 oha oha hat pain nicht gerade versucht zu dissen ich knall ihn ab ich knall ihn ab ich knall ihn ab so sieht es aus ja kein Fallschaden jawoll bringt ihr mal runter leute ja mach ich jetzt ja mach ich sofort hier easy ja warte hier ja gut wo wir gehen bei louis trainer jawoll 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 bei louis geil wo ist der karte wo ist der karte er ist in der großen halle dieser gangster immer er war hier gerade bei uns wir haben nichts jetzt hast du ihn gekillt ne habe ich nicht also ich habe ihn nur gecallt warum schießt auf die fenster hey die fenster sind neu gemacht ich meine karte was hast du da gemacht ne smoke ne smoke ne brand ja okay das war natürlich ja aber die war nicht von mir die war wirklich nicht von mir da drin ist er hallo nils ich hab ey verdachte kartele ja ja wie lebst du noch das ist gut ich hab endlich die letzte ecke auf der map gesehen ich sehe julis lautsprecher noch da oben kann ich ein camper sein weil die schon immer bist du lautsprecher ich hätte zum max ich hätte schon so einen schönen headshot geben können wo ist er denn du willst das julie wird gerade von turtles schnabuliert ja nicht geworfen nein pain das wäre schlecht ja nicht vergessen soll ich nicht recht töten ey 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 war es nur so drauf rede doch nichts okay wer hat mich drauf geschossen da sagt nix der ist nekro ja was ist da passiert bei dir hast du den schuss von mir gesehen der war echt nicht dumm geflogen weil ich nur wieder drauf geschossen habe weil ich so's ich bin war eine dumme idee im nicht so an ich habe mich nicht so an jetzt hast du grad den max zum fenster geschoben jetzt hast du grad da du er hat da angezeigt ja und irgendwas aus dem fenster geschubst worden ja jetzt eigentlich wurde aus dem fenster geschubst war das bei louis oder kundern war das bei louis oder kundern war kundern hat er selber gesagt und julie die beiden die machen doch was denkst du von mir ich hab beim nix zu tun 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 ich hab bei einer von euch waren was ja war das sehr fies oder ne dann wollen wir doch mal ich sehe nichts naja da oben wurde grad einer gekürzt ja weil balui hat auf mich geschossen da kommt er ich rette dich balui mach jawohl ich warte mal ich bin kein detective jetzt muss ich aber es war schön mit euch ich werde gleich explodieren kapuze was soll ich mit du mal nein 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 also alle sammeln sich so ja jauh marus in der U-Bahn marus in der U-Bahn in maru er ist in der U-Bahn mit gerne andere Waffe um maru zu jagen ich will keine Sniper nicht in die U-Bahn ja okay wahrscheinlich extra macht man die explosion aber man selbst stirbt ja nicht dran ja das ist halt richtig man kriegt halt keine explosion schaden mit dem wir haben hier ich komme gleich aus der u-bahn ja da bist du schon wieder explodiert das verjagt dann aber auch hier und der baui war wieder zee was ein zufall ja